Hallo Kackbratzen! This ShopTech Trading Computer is damaged. Install replacement parts or contact your friendly ShopTech maintenance personnel. Na, gehört ihr auch zu der Gruppe von Gamern, die nach der Veröffentlichung der Fallout-Serie auf Amazon plötzlich zu flammenden Fans der Fallout-Spiele geworden sind? Und mit Spiele meine ich in erster Linie den vierten Teil, da dieser wohl am zugänglichsten ist. Kann ich verstehen. Ist kein Problem. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ihr Kackbratzen komplette Luschen seid und wenn überhaupt, dann hättet ihr mit Fallout 3 anfangen sollen, da eben der dritte Teil um einiges besser war als der weichgespülte vierte Teil, da er die postapokalyptische Stimmung viel besser eingefangen hat, was sich auch auf den Schwierigkeitsgrad niederschlägt. Fallout 3 war definitiv grausamer, aber bei weitem nicht annähernd so schwierig wie die ersten beiden Top-Down-Rollenspiele Fallout 1 und 2. Das waren wohl mit Abstand die besten Fallout-Spiele aller Zeiten, aber da die nun vor über einem Vierteljahrhundert auf dem PC veröffentlicht wurden und vielleicht nicht mehr ganz so zugänglich nach heutigen Maßstäben sind, will ich da mal ein Auge zudrücken. Ihr seid aber trotzdem Luschen. Wusstet ihr Kackbratzen aber, dass Fallout 3 nicht das erste Konsolen-Fallout war? Bereits im Jahr 2004 gab es ein Spiel namens Fallout Brotherhood of Steel, das für die PS2 und diesen Plastikklotz aus dem Hause Microsoft veröffentlicht wurde. Fallout Brotherhood of Steel, das man nicht mit dem PC-Spiel Fallout Tactics Brotherhood of Steel verwechseln sollte, war übrigens das letzte Fallout-Spiel aus dem Hause Interplay, bevor man das Franchise dann an Bethesda übergeben hat. Wenn es ein schwarzes Schaf in der langen Liste an Fallout-Spielen samt den Spin-Offs gibt, dann ist es mit Sicherheit Brotherhood of Steel, das übrigens auf der abgespeckten Engine von Baldur's Gate Dark Alliance läuft und in etwa genauso fluffig lässt es sich auch spielen. Anstatt eines feinen, rundenbasierten Rollenspiels mit einer schönen und offenen Spielwelt warfen die Leute von Interplay einen komplett linearen Hack-and-Slash-Titel auf den Markt. Es war wohl ein verzweifelter Versuch, das Aussterben der Fallout-Serie zu verhindern und das harte Gameplay einer breiteren Masse schmackhaft zu machen, indem man die komplette Würze rausnahm, die eben die ersten beiden Titel so großartig gemacht haben. Anstatt der atmosphärischen Musik schmiss man dann auch noch harte Klänge wie etwa von Slipknot in den Kochtopf, steckte Tuesen in drittklassige Porno-Outfits und peppte das Ganze mit einer Menge Humor sowie den schlechtesten Zwischensequenzen aller Zeiten auf. Hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, denn Interplay ging trotzdem pleite. Und das mit gutem Grund, denn Brotherhood of Steel ist kein Fallout. Wenn überhaupt, dann ist es ein sehr, sehr schlecht mutiertes Baldur's Gate Dark Alliance mit einer Story, die so schön ist wie ein warmer Strahl Pisse mitten ins Gesicht. Wer will, kann hier schon mit dem Video abbrechen. Wem aber ein stumpfer Button-Mescher nicht abschrecken kann, der kann gerne weiterschauen. Brotherhood of Steel spielt zwar im Fallout-Universum, aber man hat sich trotzdem die Freiheit genommen, ein paar Dinge etwas abzuändern. Zum Glück war man so intelligent, die Hauptelemente beizubehalten. Noch immer befindet man sich in den ehemaligen Vereinigten Staaten von Amerika, mehrere hundert Jahre nach ihrer Zerstörung durch einen Atomkrieg mit China. Und die Welt ist immer noch von Menschen, Gulen, Supermutanten und anderen Abscheulichkeiten besiedelt. Eines der besten Dinge an der Fallout-Serie war schon immer ihre akribisch detaillierte Hintergrundgeschichte. Aber in Brotherhood of Steel hat man sich leider einen Scheiß drum gekümmert. Was man im Spiel auch vergeblich suchen wird, sind die klassischen Nuka-Cola-Flaschen samt ihren wertvollen Kronkorken. Da Interplay anscheinend die Kohle ausging, schlossen sie einen Deal mit dem Energy-Drink-Hersteller Bolz, weshalb im gesamten Spiel Werbung für diese Plöre gemacht wird. Was Brotherhood of Steel somit genauso Kacke macht, wie dieses unsägliche Energy-Drink-Pulver-Sponsoring hier auf YouTube. Wenn das Zeug so toll ist, dann sollten sich diese Sch*** den Kram rektal einführen. Es kommt bei den Leuten hinten zwar immer noch Kacke raus, aber zumindest hat sie dann den Geschmack von frisch gepflückten Blaubeeren. Guti, aber lassen wir das. Gleich nach dem eigentlich sehr vielversprechenden Intro mit grausamer Jazzmusik darf man sich zwischen drei verschiedenen Charakteren entscheiden, um sich dann der Brotherhood of Steel anzuschließen. Zur Auswahl steht die dünne Natya, der harte Bursche Cyrus und ein Ghoul namens Kain. Grundsätzlich ist es komplett Wurst für welchen Charakter man sich entscheidet, da sich alle im Prinzip gleich spielen, mal abgesehen vom Ghoul, der sich durch das Spiel wie Naruto auf Crack bewegt. Keiner der verfügbaren Charaktere hat irgendwelche Spezialfähigkeiten, mit denen man im Spiel vielleicht einen Vorteil hätte. Brotherhood of Steel ist immer eine unfassbar arschige Plackerei. Nachdem man sich also für einen Charakter entschieden hat, geht's auch schon los. Eigentlich sollen wir uns nur auf die Suche nach ein paar vermissten Paladinen machen. Aber schon bald stellt sich heraus, dass dank eines Kults auf uns eine noch viel größere Mission mit einer noch viel größeren Verschwörung auf uns wartet. Und so schlachten und ballern wir uns für die nächsten gut 10 Stunden durch Radskorpione, Raider, Kamikaze-Ghule und eine Armee von Supermutanten. Klingt gut? Leider ist das nicht der Fall. Man ackert sich in einem komplett generischen Action-Rollenspiel durch drei immer schwieriger werdende Kapitel mit unzähligen repetitiven Level-Design. Von Mal zu Mal werden die Kreaturen immer härter zu knacken, da sie auch immer mehr Kugeln fressen. Man versucht das natürlich mit besserer Ausrüstung und stärkeren Waffen auszugleichen. Aber gleichzeitig verringert man die Anzahl an verfügbarer Munition und Stimmpacks. Diese Spielmechanik macht Brotherhood of Steel so furchtbar anstrengend. Man kann zwar wie in jedem Rollenspiel mit seinen verdienten Erfahrungspunkten einige Attribute des Charakters hochleveln, aber nie hat man das Gefühl, dass man wirklich Fortschritte macht. Mit jedem neuen Level und einer jeden neuen und besseren Waffe werden auch die Gegner immer schwieriger. Und so rennt man wie blöd durch die Gegend und mäht alles Mögliche nieder, was einem in den Weg kommt und sucht auch noch eine jede verkackte Ritze nach irgendwelchen nützlichen Gegenständen ab, nur um ein wenig in diesem Spiel weiterzukommen. Im Kern behält Brotherhood of Steel die isometrische Perspektive bei, die charakteristisch für die ersten beiden Spiele der Fallout-Reihe ist. Allerdings weicht es vom traditionellen rundenbasierten Kampf seiner Vorgänger ab und setzt auf ein völlig actionorientiertes Gameplay. Die Spielmechanik weicht vielleicht etwas von der damals etablierten Formel ab, bietet aber einen frischen neuen Ansatz. Und mit frisch meine ich, dass ihr gut 10 Stunden lang pausenlos auf die X-Taste einprügeln werdet. Wie erwähnt fressen eure Gegner enorm viele Kugeln, bis sie endlich zu Boden gehen und da der Winkel der Kamera so unfassbar steil ist, hat man stellenweise überhaupt keine Übersicht auf das Spielgeschehen. Ein mit Bedacht geplantes Vorgehen könnt ihr euch komplett in die Haare schmieren. Viel einfacher kommt man voran, wenn man wie ein verrücktes Huhn durch das Level rennt, die X-Taste zu Tode hämmert und hin und wieder mit der L1-Taste sich ein Stimmpack reindonnert. Und dank der automatischen Zielerfassung, die bequem den nächsten Gegner aufs Korn nimmt, kann man seine restlichen 5 verbliebenen Gehirnzellen gleich nach den ersten Minuten im Spiel in den Keller zum Kleberschnüffeln schicken. Diese ganzen Explosionen und das große Blutbad mag zu Beginn vielleicht noch ganz lustig sein, aber es macht dann doch sehr schnell Klick in der Denkmurmel, wenn man erkennt, dass man nichts anderes macht, als stundenlang einer enorm langweiligen Story zu folgen, entlang fast immer gleichen engen Pfaden in den unzähligen Dungeons, in denen man dann Wellen von unsäglich nervigen Feinden niedermähen muss. Immer und immer wieder erschwerend hinzu kommt, dass die KI erbärmlich dämlich ist. Es kommt sogar vor, dass sie sich untereinander unabsichtlich mehr Schaden zu fügen, als ihr mit eurer schönsten Waffe. Die Gegner greifen auch nur dann an, wenn ihr ihnen viel zu nahe kommt. Man kann also in aller Ruhe erstmal vor einer Horde Feinde stehen bleiben, warten bis sich seine Gesundheit von alleine etwas erholt, ohne einen von den später im Spiel immer seltener werdenden Stimmpack zu verschwenden, ruht ein wenig seine Wichsgriffel aus und stürzt sich dann wieder in einen sinnlosen und eintönigen Kampf. Und Bosskämpfe machen da keinen Unterschied. Sie erfordern keine Strategie, sondern nur sehr viel Durchhaltevermögen im Daumen und sehr viel Munition. Angesichts der abgedroschenen und sich immer wieder wiederholenden Schlachthausmissionen könnte man vielleicht der Hoffnung sein, dass man sich ein wenig mehr Mühe gemacht hat, die Story und Quests mit vielen und schön geschriebenen Dialogen voranzubringen. Aber selbst wenn wir uns durch das abgefuckteste und verworrenste Labyrinth durchgequält haben, dort irgendeinen Boss töteten, nur um dann den ganzen langen Weg wieder zurückzulaufen, erwarten uns die wohl überflüssigsten und völlig hirnlos zusammengerotzten Dialoge, die wir uns nur vorstellen können. Und die Grafik des Spiels mitsamt seiner glanzlosen Optik trägt nun wirklich nicht viel dazu bei, dass wir wenigstens ein wenig in den Bann des Spiels gezogen werden könnten. Mir ist schon klar, dass Fallout in einem trostlosen Ödland spielt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man die Grafik ebenso langweilig gestalten darf. Wenn ich schon über Stunden durch Ellen lange Dungeons laufen muss, dann kann man wenigstens ein Minimum an Kreativität verlangen. Leider mangelt es den Schlauchlevel aber nicht an langweiligen und matschigen Texturen, die sich wie auch das unfassbar nervige Gameplay sich immer wieder wiederholen. Mit Ausnahme von ein paar Bossen hat man auch den Feinden ein ebenfalls uninspiriertes und trostloses Design verpasst. Kombiniert wird die Trostlosigkeit mit abscheulich schlechten Animationen und vorhersehbaren Angriffsmustern. Man merkt, wie Interplay mit Brotherhood of Steel verzweifelt versucht hat, mit dem Franchise noch irgendwie Kohle zu produzieren. Das Spiel ist extrem linear und bietet über Stunden die immer gleiche Langeweile in viel zu vielen Level. Brotherhood of Steel ist die spielgewordene Monotonie mit sehr viel sinnlosen Abschlachten und fassbar zehn Gegnern ohne den Charme und leicht makabren Witz, mit dem die ersten beiden Fallout-Spiele unsere Herzen erobert haben. Wenigstens kann man diesen schon mit einem Freund im kooperativen Modus spielen. Geteiltes Leid ist halbes Leid und so kann man wenigstens etwas Spaß haben, auch wenn man trotzdem nach einer gewissen Zeit unfassbare Krämpfe in den Fingern und im Gehirn erhält. Dieses Stück Software ist kein Fallout, sondern ein entsetzlicher Tritt in die Klöten der Fans. Sollte man das Spiel damals nicht gespielt haben, hat man wirklich nichts verpasst. So gesehen fährt man wirklich besser, wenn man sich den vierten Teil dank der unfassbar guten Serie zu Gemüte führt, auch wenn man meiner Meinung nach besser mit dem dritten Teil anfangen sollte, wenn einem schon die ersten beiden Teile zu schwierig sind, obwohl ich euch die Klassiker nur wärmstens empfehlen kann. Wer wirklich alle Fallout-Spiele jetzt mit dem neuen Hype spielen möchte, darf natürlich gerne einen Blick auf Brotherhood of Steel wagen, aber es wird euch nur den Spaß auf die Lore der Serie verderben. Beschwert euch also später nicht bei mir. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala